Hallo, ich bin Julia und ich lade dich zu einer Übung für deinen Alltag ein, für deine Sing- und Sprechstimme. In diesem Video geht es um deinen Oberkörper und die Wahrnehmung deiner Atembewegung. Du stellst dich zu Beginn aufrecht und entspannt hin und atmest zweimal tief ein und aus. Du spürst, wo deine Atembewegungen wahrnehmbar sind. Dann nimmst du eine Hautfalte oder zwei Hautfalten gleichzeitig am Bauch, ziehst sie nach vorne, hältst sie für einen Moment und lässt sie wieder los. Wie du siehst, passiert oft automatisch ein vertiefter Atemzug. Das ist gut, weil dadurch wird das Zwerchfell aktiviert und die Muskulatur kann sich wieder entspannen. Das Gleiche machst du an den Rippen. Du ziehst zur Seite die Hautfalte, hältst sie einen Moment und lässt sie wieder los. Zum Schluss machst du das Gleiche auf dem Rücken. Du greifst in die Rückenmuskulatur parallel der Wirbelsäule, ziehst eine Hautfalte ab, hältst sie einen Moment und lässt sie wieder los. Dann gehst du nochmal mit deiner Wahrnehmung in deinen Oberkörper, stellst dich aufrecht und entspannt hin und atmest nochmal zweimal tief ein und aus. Vielleicht kannst du jetzt besser spüren, wo die Atmung hingeht, in den Bauch, in die Rippen und auch in den Rücken. Du kannst diese Übung immer in deinen Alltag einbauen, wenn du merkst, dass du angespannt bist oder dein Alltag hektisch wird. Dann nimm dir die kurze Zeit und du kannst deine Atmung wieder vertiefen. Schön, dass du dabei warst und schau gerne auch unsere anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.